Ihr denkt, wenn ihr in ETFs investiert, dass ihr so langfristig 7% Rendite pro Jahr macht, dass euer Geld über einen weltweiten ETF an Firmen wie Microsoft oder Apple geht und dass ihr an Steuern 25% Abgeltungssteuer plus Soli bezahlt. Ah, alles nur so die halbe Wahrheit. In diesem Video erfahrt ihr 10 Facts über ETFs, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet. Viel Spaß bei diesem Video, ich bin Saidi von Finanztip. Fact 1, auf die 7% pro Jahr könnt ihr euch kaum verlassen. Klar, die 7% oder auch 8% pro Jahr, das ist so der langfristige Durchschnitt, wenn ihr zum Beispiel 15 Jahre oder mehr in einen weltweiten ETF investiert. Aber die Bandbreite, was da rauskommen kann, mit anderen Worten, wie viel Glück und wie viel Pech ihr haben könnt, die ist schon ziemlich groß. Das heißt, die Rendite kann sehr viel niedriger, aber auch sehr viel höher ausfallen. Auch insbesondere bei ETF-Sparplänen, wie wir in diesem Video mal dargestellt haben. Für einen ETF-Sparplan über 200 Euro im Monat haben wir das mal seit 1970 ausgerechnet. Und da kann über 10 Jahre schon mal ordentlich Miese bei rausspringen. Nämlich schlechtes Ergebnis, minus 9% pro Jahr oder 9.000 Euro Verlust. Aber im besten Fall waren es auch 21 Euro pro Jahr an Gewinn oder fast 50.000 Euro plus. Okay, vielleicht keine Überraschung, dass man über 10 Jahre noch Verlust machen kann, aber auch über 15 Jahre war die schlechteste Phase minus 3% pro Jahr Miese oder minus 7.000 Euro Verlust. Und dafür die besten 15 Jahre 16% pro Jahr an Gewinn oder über 100.000 Euro im Plus. Und über 30 Jahre schlechtestes Ergebnis nur noch in Anführungszeichen 5% Rendite pro Jahr oder 76.000 Euro im Plus. Und bestes Ergebnis über 30 Jahre 13% pro Jahr oder 620.000 Euro Gewinn. Auf dieser Grafik hier seht ihr, wieso das schlechteste als auch das beste Ergebnis immer mehr zur Mitte zusammenlaufen. Das heißt, je länger euer ETF-Sparplan läuft, desto mehr könnt ihr euch auf ordentliche Renditen verlassen. Aber der Abstand ist trotzdem, wie ihr gerade an den Zahlen gesehen habt, immer noch ziemlich groß. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr möglichst früh mit einem ETF-Sparplan anfangt und auch im Alter zumindest noch einen Teil von ETFs haltet, denn das stabilisiert über die lange Zeit natürlich die Rendite. Fact 2. Der Steuersatz auf Aktien-ETFs ist nicht 25% plus Soli, sondern viel niedriger. Zunächst ist es mal richtig. Auf alle Erträge aus eurem Aktien-ETF, egal ob ihr jetzt mit Gewinn verkauft, ob ihr Ausschüttungen bzw. Dividenden kassiert oder auch auf die sogenannte Vorabpauschale, auf die kommen wir nachher noch, müsst ihr Abgeltungssteuer plus Soli bezahlen. Abgeltungssteuer 25% plus darauf nochmal 5,5% Soli macht insgesamt 26,375%. Aber bei einem Aktien-ETF und übrigens auch bei einem Aktienfonds sind ja immer 30% aller Erträge steuerfrei. Und diese 30% können wir also von den 26,375% abziehen. Bleibt ein effektiver Steuersatz von 18,46% und rund 18,5%. Und das könnt ihr euch merken. Eigentlich zahlt ihr auf euren Aktien-ETF nur 18,5% Steuern. Ziemlich wenig eigentlich. Und dann habt ihr ja noch euren Freibetrag von mittlerweile 1.000 Euro pro Person und pro Jahr. Und auf den werden ja auch die 30% angerechnet. Das heißt, wenn ihr eure vollen 1.000 Euro, die ihr frei habt, auf euer Depot, auf euren Aktien-ETF setzt, dann zahlt ihr erst ab einem jährlichen Ertrag von 1.428 Euro überhaupt erst Steuern. Fakt 3. Die Total Expense Ratio, die TER, enthält nicht alle Kosten eines ETFs und eignet sich nicht so gut zum Vergleichen. Die TER, also die 0,2 oder 0,3%, die ihr typischerweise an Kosten von einem ETF kennt, wird auch Gesamtkostenquote genannt. Und sie enthält die Kosten für die Verwaltung des ETFs, die Gebühren für die Depotbank des ETFs, die Lizenzgebühren, also zum Beispiel die an MSCI gehen, und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung. Nicht enthalten sind aber zum Beispiel die Transaktionskosten, die der ETF hat, also wenn er Aktien kauft oder verkauft. Außerdem Swap-Gebühren, wenn es sich um einen synthetischen ETF handelt, und auch nicht eventuelle Kosten, als auch Einnahmen, die aus einer Wertpapierleihe entstehen. Also wenn ein physischer ETF Aktien verleiht. Das heißt, wenn ihr ETFs miteinander vergleicht, dann ist es keine so ganz gute Idee, als Entscheidungskriterium zu nehmen, ah, der eine ETF kostet 0,2% pro Jahr und der andere 0,3%, also nehme ich den mit 0,2%. Zum Beispiel, unter unseren Empfehlungen für einen ausschüttenden ETF auf den MSCI World, gibt es einen von UBS, der kostet 0,3% pro Jahr, und einen von Amundi, der kostet nur 0,18% pro Jahr. Die haben aber beide über 5 Jahre ziemlich genau das gleiche Ergebnis erzielt, wenn man die Ausschüttungen mit einrechnet. Und wie solltet ihr dann entscheiden, welchen ETF ihr nehmt? Naja, dafür habt ihr uns Finanztipp. Nehmt eine unserer Empfehlungen und am besten mit unserem ETF-Finder, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch den ETF, der zu eurem Depot am besten passt, aussuchen. Fact 4. Die Aktien, die ein ETF kauft, liegen nicht beim Anbieter des ETFs, sondern bei einer anderen Bank. ETFs, wie alle Fonds, die nach europäischem Recht verwaltet werden, müssen eine gesonderte Depotbank haben, wo sie ihre Wertpapiere, also ihre Aktien, halten. Bei iShares und X-Trackers zum Beispiel ist das die State Street Bank. Dort liegen dann wirklich die Aktien, die zu dem jeweiligen ETF gehören. Und das hat natürlich auch einen Sinn, denn das schützt die Aktien und damit euer Vermögen davor, dass ein ETF-Anbieter ja auch mal pleite gehen kann. Denn im Pleitefall können dann die Gläubiger des ETF-Anbieters nicht auf die Aktien und damit auf euer Geld zugreifen. Ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen, als wenn ihr ein Depot bei einem Neobroker habt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Depot bei Scalable Capital habt, dann liegen eure ETF-Anteile wiederum auch bei einer anderen Depotbank, nämlich bei der Baader Bank. Fakt 5. Ein synthetischer ETF, ein Swapper, enthält nicht die Aktien des jeweiligen Index. Aber das ist für euch kein Risiko. Ein synthetischer ETF, ein sogenannter Swapper, der kauft sich die Wertentwicklung eines Index, wie das MSI World, von einem Swap-Partner, meistens einer großen Bank. Und mit dem Geld, das er einsammelt, kauft er aber ganz oft andere Aktien, große Aktien, ein sogenanntes Trägerportfolio. Jetzt könntet ihr denken, oh, das ist aber uncool. Was ist, wenn dieses Trägerportfolio total abschmiert und deshalb gegenüber dem Index total an Wert verliert? Aber auch da gibt es eine gesetzliche Regelung. Diese Abweichung zwischen den eigentlichen Aktien im ETF, dem Trägerportfolio und dem Index, den ihr eigentlich haben wollt, die muss täglich abgesichert werden. Dadurch, dass da zum Beispiel Staatsanleihen oder auch Cash hinterlegt wird. Das trifft also auf einen synthetischen ETF zu. Bei einem physischen ETF kann es sein, dass der Wertpapierleihe betreibt, also die eigentlichen Aktien, die er ja hat, verleiht. Und auch da ist es ein ganz ähnliches Prinzip, wenn ihr die Aktien rausgibt, dann muss derjenige, der sich die Aktien leiht, eine Sicherung, wiederum meistens in Form von Staatsanleihen oder Cash hinterlegen. Fakt 6. Wenn ein thesaurierender ETF Dividenden von den Aktien erhält, dann kauft er davon weitere Aktien. Thesaurierung bedeutet ja Wiederanlage. Ein thesaurierender ETF, der bekommt Dividenden von den Aktien, die er ja erhält. Und mit diesem Geld, das er ja Cash bekommt, da ist die Frage, was er damit macht. Und da er es ja eben nicht ausschüttet, also euch nicht auszahlt, muss er mit dem Geld irgendwas anderes anstellen. Jetzt denken viele immer, dass man dann weitere ETF-Anteile erhält als Anleger. Das stimmt aber nicht. Sondern mit den eingenommenen Dividenden kauft der ETF weitere Aktien. Von den Aktien, die er eh schon im ETF drin hat. Und dadurch werden eure ETF-Anteile schlichtweg mehr wert. Der Kurs eurer Anteile steigt. Fakt Nummer 7. Der Kurs eines ETF-Anteils an sich sagt überhaupt nichts aus. Wenn ein ETF auf den MSCI World zum Beispiel den Kurs von 72 Euro hat und ein anderer ETF auf den MSCI World einen Kurs von 9,50 Euro, dann sagt das erstmal überhaupt nichts aus, ob der eine ETF oder andere ETF besser oder schlechter ist. Wie kommt dieser Kurs überhaupt zustande? Naja, es wird das Volumen des ETFs genommen, also der Wert aller Aktien, die derzeit im ETF drin sind, dividiert durch die Anzahl aller Anteile, die ein ETF ausgegeben hat. Also nochmal, ETF-Volumen durch Anzahl ETF-Anteile. Und das gibt den jeweiligen Kurs. Egal, ob das jetzt zum Beispiel 72 Euro oder 9,50 Euro sind. Alle ETFs sind irgendwie unterschiedlich groß. Der eine ist eine Milliarde groß, der andere ist 5 Milliarden groß. Und alle haben auch eine unterschiedliche Anzahl an Anteilen ausgegeben. Und deshalb spielt der Kurs 72 Euro oder 9,50 Euro an sich für euch überhaupt keine Rolle. Ihr interessiert euch nur, ob dieser Kurs steigt oder fällt. Nur die Veränderung und damit natürlich die Rendite spielt für euch eine Rolle. Viel wichtigere Unterscheidungskriterien für euch sind natürlich, in welchen Index ein ETF investiert, wie die Aktien verteilt sind, ob das Geld zum Beispiel in wenige oder in viele Aktien geht, ob es sich um einen Thesaurierer, also einen wiederanlegenden ETF oder einen ausschüttenden ETF handelt und auch, wie vorhin angesprochen, ob es ein physischer ETF ist, der die Aktien also wirklich hält, oder eben ein synthetischer ETF, ein Swapper, der nur einen Vertrag mit einer Bank hat. Wobei bei den ETFs, die wir euch empfehlen, auch diese Unterscheidung zwischen physisch und synthetisch für euch keine Rolle und auch kein Risiko eben bedeutet. Fakt Nummer 8. Ob im Namen des ETFs US-Dollar oder Euro als Währung steht, spielt für euch keine Rolle. ETFs haben ja meistens einen langen Namen. Zum Beispiel iShares MSCI World USD DIST. Das DIST hinten übrigens heißt Distributing und bedeutet ausschüttend. Und das USD, die US-Dollar, das ist die Fondswährung. Die orientiert sich oft daran, in welcher Währung der jeweilige Index vor allen Dingen gehandelt wird. Und da ein MSCI World halt zu großen Teilen aus US-Aktien besteht, ist es halt hier oft, aber nicht immer, der US-Dollar. Euch interessiert natürlich am Ende nur die Euro, die ihr abgerechnet bekommt, wenn ihr zum Beispiel kauft oder verkauft. Dabei spielt aber die Währung des Fonds als solcher kaum eine Rolle. Viel wichtiger für euch ist, in welcher Währung die jeweiligen Aktien, die hauptsächlich im Fonds drin liegen, gehandelt werden. Und da sind es eben zum Beispiel bei weltweiten IDCES in aller Regel von der großen Mehrheit her US-Aktien und damit der US-Dollar. Und da spielt also das Währungspaar US-Dollar-Euro, also der Dollarkurs, für euch schon eine ziemlich große Rolle. Das kann vorteilhaft sein oder auch mal negativ. Dass ihr mit einem weltweiten ETF mehrheitlich in US-Dollar investiert seid, ist übrigens gar keine so schlechte Idee. Denn damit diversifiziert ihr über große Währungen. Denn ein großer Teil eures Geldes liegt ja in Euro. Euer Einkommen, eure gesetzliche Rente zum Beispiel und vielleicht auch eure Immobilie. Warum sollte da nicht ein anderer Teil, eure Altersvorsorge wahrscheinlich, zu einem nicht geringen Anteil in US-Dollar sein? Denn dadurch habt ihr zwei Währungen letztendlich in eurem gesamten Vermögen. Und übrigens sind es noch viel mehr Währungen. Denn wichtiger als wo die Aktien stationiert sind, also ob die Aktiengesellschaft in den USA sitzt, ist, wo sie ihr Geschäft macht. Und die großen Weltkonzerne, die verkaufen natürlich ihre Produkte überall auf der Welt. Zum Beispiel auch in Japan oder in China. Und deshalb spielen die dortigen Währungen letztendlich für euer Vermögen auch eine große Rolle. Also habt ihr nochmal eine breitere Diversifizierung. Fakt Nummer 9. Wenn du einen Welt-ETF kaufst, geht dein Geld nicht an Apple, Microsoft oder Amazon zum Beispiel. Das ist ja noch etwas vom Anfang dieses Videos, was ich auflösen muss. Ich glaube, dass viele Leute denken, wenn sie einen Welt-ETF zum Beispiel kaufen, dass ihr Geld dann an die jeweiligen Aktiengesellschaften, die jeweiligen Unternehmen geht. Also zum Beispiel an Apple, Microsoft oder Amazon. Und dass die Unternehmen, also der Vorstand dieser Unternehmen, dann mit dem Geld halt irgendwas anstellen kann. Aber das stimmt nicht. Denn wenn ihr ein ETF kauft, dann kauft er in aller Regel zumindest über diverse Wege Aktien irgendwie ein. Und diese Aktien kauft er nicht direkt von den Unternehmen, in aller Regel zumindest, sondern von jemand anderes, der diese Aktien bereits hat. Das heißt, er kauft die jeweiligen Aktien dann ab. Und dadurch, dass die Aktien eingekauft werden, steigt tendenziell der Kurs ein bisschen. Der Grund dafür ist natürlich, dass diese Aktien von den jeweiligen Unternehmen, zum Beispiel von Apple, bereits in der Vergangenheit ausgegeben wurden. Das heißt, das Geld hat Apple zum Beispiel in der Vergangenheit bereits erhalten. Ihr gebt das Geld nur dann direkt einem Unternehmen, wenn ihr euch an neu ausgegebenen Aktien beteiligt, also neu ausgegebene Aktien kauft, zum Beispiel bei einem Börsengang. Was nützt das dann eigentlich dem jeweiligen Unternehmen, wenn sie das Geld gar nicht bekommen? Naja, euer Kauf stützt indirekt letztendlich den Kurs. Und am Kurs, da ist das jeweilige Unternehmen und vor allem der Vorstand sehr interessiert. Denn die sind in allererster Linie ihren Investoren, ihren Aktieninhabern und damit indirekt auch euch verpflichtet. Fact Nummer 10. Anfang nächsten Jahres 2024 müsst ihr wahrscheinlich auf euren ETF automatisch Steuern zahlen, nämlich auf die sogenannte Vorabpauschale. Die Vorabpauschale ist eine Art fiktiver Ertrag. Den müsst ihr versteuern, wenn euer ETF innerhalb eines Kalenderjahres gestiegen ist, also Gewinn gemacht hat. Die Vorabpauschale wird mittels eines sogenannten Basiszinses berechnet. Und der Punkt ist, diese Vorabpauschale, die gibt es schon ein paar Jahre, aber die meisten von euch kennen die überhaupt nicht. Warum? Weil dieser Basiszins seit Jahren negativ war und deshalb gab es auch keine Vorabpauschale. Aber da ja allgemein die Zinsen gestiegen sind, ist jetzt auch dieser Basiszins für 2023 stiegen, nämlich auf 2,55%. Und deshalb müsst ihr wahrscheinlich Anfang 2024 automatisch auf euren ETF Steuern zahlen. Also sagen wir, ihr habt am 1. Januar diesen Jahres 10.000 Euro in einem ETF drin. Und dann gehen wir mal davon aus, hoffen wir, dass eure 10.000 Euro über 2023 ordentlich steigen, bis zum 31.12. Wenn das der Fall wird, dann wird folgendes genommen. 10.000 Euro, also der Wert vom Jahresanfang, mal die 2,55% dieser Basiszins, mal 0,7, das ist so ein allgemeiner Faktor, macht 178,50 Euro. Das ist die Vorabpauschale. So, wenn ihr vorhin aufgepasst habt, wisst ihr, von der Vorabpauschale sind wieder 30% bei einem Aktien-ETF steuerfrei, also 70% zu besteuern. Also müsst ihr auf 125 Euro nur Steuern zahlen, mal Steuersatz 26,375% macht 33 Euro an Steuern, die ihr eigentlich zahlen müsstet. Wenn ihr das vermeiden wollt, dann müsst ihr die 125 Euro per Freistellungsauftrag als Teil eurer 1.000 Euro Freibetrag eben abdecken. Dann geht auch keine Steuer weg. Oder ihr zahlt die Steuer vom Verrechnungskonto, wird in aller Regel automatisch abgebucht und zieht das Ganze in eurer Steuererklärung glatt. Na, wie viele Facts waren dabei, die ihr noch nicht kanntet? Wenn ihr überhaupt ein paar Fragezeichen habt, was hat der Saidi da alles erzählt, dann schaut doch mal bei unserer Grundlagen-Playlist hier drüben rein. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und lasst mir doch ein Like da. Bis zum nächsten Video, euer Saidi.